Startposition, Schlägerkopf auf Kopfhöhe, freie Hand am Schlägerherz, den Schläger seitlich vor dem Körper halten und stehe seitlich zum Netz. Bewege den Schläger nach vorne leicht abwärts, die freie Hand bleibt dabei in Ausgangsposition. Treffpunkt seitlich vor dem Körper, Schlägerspitze zeigt nach oben links und die Schlägerfläche ist leicht nach oben geöffnet. Schaue bis zum Treffpunkt immer auf den Ball. Treffpunkt, stabiles Handgelenk und Ellbogen vor dem Körper. Trainingsaufgabe Spiele 10 Volleys über das Netz und ziele auf die Füße des Werfers. Hast du das geschafft? Na dann geht's weiter zum nächsten Schritt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020